Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das wäre super cool. Halloween können wir dieses Jahr voll knicken. Wir tappern schon seit drei Stunden durch die frohsen Landschaft und haben noch nicht mal einen Lutscher im Sack. Poit Estrich, haben wir die falsche Taktik? Wird krass, Keule. Oh, vor meinem Haus steht eine Gruppe kleiner Monster. Das ist ja richtig zum Fürchten. Und ihr seht richtig hungrig aus. Na los, meine Süßen, macht eure Mündchen auf. Nein, das ist unser. Oh, was seid ihr doch für böse Jungs. Schnapp den Kleinen einfach die Süßigkeiten weg. Aber ich weiß schon, was zu tun ist. Oh, was seid ihr doch für böse Jungs. Schnapp den Kleinen einfach die Süßigkeiten weg. Ha! Ja! Ja! Ha! 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 Ist es denn die Possibility? Die Schrumpel-June hat uns volle Möhre ausgesaugt? Die Zuschle kannte keine Gnade. Und das Schlimmste ist, dass ich wieder total auf Kohldampfen bin. Ja, naja, vielleicht liegt hier irgend so was Essbares vergraben. Wir fassen wahrscheinlich nur keine Süßigkeiten ab, weil unsere Kostüme so doof sind. Das ist alles eine Sache des ersten Looks. Wir müssen eine kannte Gruselkowskier sein, das den Leuten der Pelz auf dem Buckel himmelwärts wächst. Und ich sag noch. Leuchtet inne. Wow, dein Kostüm ist wirklich klasse. Geeks, zieh dir mal den Wunderbra rein. Steht hier wie eine Eins. Hey, Alter, wenn wir die Schlunze mitnehmen, schlagen wir bestimmt ein wie eine Bombe. Das ist der Kracher übersatter Optik. Du hast Talent und heute ist dein Glückstag. Wir nehmen dich auf in unsere Arbeitsgruppe. Die Aufnahmeprüfung besteht aus grimmig Blöken. Die Sache mit dem Knabberwerk übernehmen wir. Was für ein niedlicher kleiner Zombie. Das ist das beste Kostüm heute Abend. Dafür gibt's auch was ganz Leckeres. Oh mein Gott, hau! Oh mein Gott, hau! Und nun tömmelt der wichtigste Teil des Abends. Wir machen eine Teilung. Oh Gott, das ist meine Hälfte. Und das ist Lex ihm seine Hälfte. Hey, Zuppe, was killerst denn da rum? Irre, das Tier hat mich auf den Hals geknutscht. Ey, Keule, endlich hab ich was zu bohnen. Eine Ische. Checkst du ab, was ich meine? Eine zahnlose Wendematte. Ich mach mal eine Demo, wie sie mich gemangelt hat. Ich auch, ich auch. Ich will auch den Frosch knutschern. Ein Froschkett! Ein Froschkett! Org Kopp! Oh, oh! Ein Froschkett!